Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Red Dead Retention 2. Ewig ist es her, weil mein Name da nicht immer gesprackt hat, immer wenn die Folgen hochgeladen wurden. Kurz bevor es hochgeladen war, ist es irgendwie abgebrochen und ich konnte von vorne anfangen. Deswegen gab es teilweise auch relativ lange Wehrzeiten zwischen den Folgen. Ja, ich hoffe mal, jetzt ist alles hochgeladen, bis jetzt nochmal eine Folge kommen sollte. Das sollte eigentlich morgen sein, wird das Internet wahrscheinlich auch nicht schaffen. Deswegen wird es vermutlich jetzt wieder eine Pause geben, aber ich möchte jetzt endlich weitermachen. Vor allem nachdem es die letzten Tage ein bisschen abgekühlt hatte nach den 40 Grad. Da hätte ich sowieso nicht aufnehmen können. Hier drin war Sauna, ich hatte es nur noch im Kreislauf. Ja, so, gucken wir mal. Wir sind hier auf unserer Ranch und hier ist eigentlich auch direkt eine Mission mit dem Ankel. Würde ich vorschlagen, dass wir die mal machen. Ich muss mich hier erstmal nochmal orientieren. Das ist bestimmt schon mindestens zwei Wochen her, wenn ich gespielt habe. Ah, fühlt sich wie olden Zeiten. Es ist gut, dass die alten Gang wieder wiederkommen ist. Wir wollen nur noch mal, dass Dinge nicht so aussehen wie die letzte Woche. Hier geht es. Was ich dir, Charles? Der Mann ist so süß wie weak, olden Milch. Kein Wunder, dass sie nicht mit dir bleiben. Kein Wunder, dass sie nicht mit dir bleiben bleiben können. Das ist die Wahrheit. Nun, du warst mit einer Beziehung, aber jetzt bist du besser als eine Schnee mit einem Toothache. All er macht ist, waaah, waaah, waaah. Entschuldigung. Oh, don't get all angry, it ain't gonna change nothin'. You're hopeless, and I mean that literally, you got no hope. I mean, look at you, look at this place, your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed, come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful, it's a dump. The house has gotta go. Oh, get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house so the lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on, tie that end around the horses. You loop that end around there, horses will pull it clean down. We good? I think so. Alright, well, let's get going. Now, just pull it. You got this, John? I'll go when you do. No, that's a pferd. That's a pferd. That's a pferd. That's a pferd. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now, we headed to town, buy ourselves a house, right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay? You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you that way? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Ach, das ging ja schnell. Alright, girl. So. Da ist jetzt auch mit dem Helmich noch mal was aufgetaucht, aber das ist hier irgendwo am Arsch der Welt. Darum sind noch ein paar Sachen am Arsch der Welt. Ich würde vorschlagen, wir reiten jetzt erstmal zur Zaydi. Und ich glaube, wo ich gerade das Zeitungssymbol sehe, dass wir die Zeitung gehen, wir einfach rauf am besten. Wenn das jetzt irgendeiner unbedingt alles lesen will, dann soll das mal in die Kommentare schreiben. Ich lese ein paar Sachen vor. Ein paar Sachen könnt ihr dann selbst lesen. Wenn ihr Pause drückt, aber ich denke, im Großen und Ganzen interessiert es wahrscheinlich sowieso keine Sau. Von daher würde ich es einfach von mir aus erstmal weglassen. Aber ihr habt da selbstverständlich ein Mitspracherecht. Wie bei allen hier. Wenn es flühen könnte, hättet ihr sowieso direkt eines. Dann könnt ihr mir alles mal nur so sagen. Da halten wir mal noch Blackwater rein. Dann ist hier ein Putschen vorbei. Wobei man auch ausnahmsweise nicht rausspringen will und das Wehen langsamer will. Und das ist ganz hoch. Ach ja, herrlich. Geht ja gar richtig gut los. So. Kruppgeldjagd scheint ja das Thema zu sein, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Wird ich jetzt gar nicht so schätzen. Komm schon in! In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How do you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in five states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in when I got robbed. A professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah. It's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? Hmm. South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Let's go, girl. Where are you going to go? Where are you going to go? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. Well, ranch. It's something else, you know. You gotta come up there. You gotta come up there. Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellas I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's a good country. All country is good. It's just folk that are bad. That's what's wrong with them. You know who I got up there with me? Uncle. Besides uncle. Abigail? Ah, Abigail ain't come there just yet. Really? You, er, want to talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing... Okay. He was prize fighting in Saint-Denis. He weren't seeming too well. He took everything real hard, but I think life on the plains is gonna be good for him. I always like Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I... I ain't so good with people. Ah, the offer's there. Whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. Who? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of the Dutch. who put a blanket around me after the O'Driscolls? That weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out. For who he truly was. We were fools to follow him. I was a fool and I paid for it. But I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who said it off. I blame me for following Dutch for too long. But I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. It's on a good side. There's a spot up ahead, where we can see over most of the country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Viel zu wagen. I hope that's what a kürzere Folge. Let's see how long it's been to the mission. The first one went pretty fast. This is the place. It's a view, all right. Mm-hmm. Come on. Let's go take a look down in the valley. Let's go take a look down in the valley. Well, the bounty hunter is the fellow who's all tied up. Pfft. Very funny. And that big fat fellow with the funny hat? That's James Langton. The other fellow's just worked for him. Where do you think they're heading? Hmm. Come on. Let's go follow him. Woher wussten wir jetzt so sicher, dass die das sind, weil... Boah, da sind da nicht viele. Ich glaube, Amadellus im Moment sind nicht, weil da sind die. Weil John kennt die ja gar nicht. Ja, ich hänge am Stein. Ich weiß nicht, warum wir da runtergehen. Wobei, wir können auch von oben angreifen. Wobei, wir können auch von oben gehen. Wir sehen uns nicht. Hold. Stay back from the edge. You won't get north through here. What are you doing, huh? You're talking to me or like to... Sorry, I ain't used to having anyone with me. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgunn them, you gotta outthink them. Kannst doch auch ganz gut schießen, oder nicht? The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Up here, get off your horse. This might be our chance. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men, and you work alone? Haha, I got you. You're worth ten of them. Great. And Arthur will push him with. Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Stay down and study them. Let's go. Let's go. Endet bei mir immer gleich. We're going down the canyon. Look out on these rocky paths. We're going down the canyon. Look out on these rocky paths. We're going down the canyon. Doh, I've got no. AG Munition have I. Komm ich hole jetzt auch erstmal ein Messer raus wie die, weil schleichen ist ja nicht schießen. Dann proben sie. Wo ist es? Ich glaube ich verkack das wieder. Ich verkack das immer. Oh! Juhu! You gonna do that? Oh! 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 Move! They're going! There's more! I'm on the ridge! Y'all! ...on the ridge! No! Let's go! You see them? On the pads! Was ist das? Ich hab's nicht gesehen. Das ist überhaupt nichts. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin zu schlecht, weil ich zu lange schon gespielt habe. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Das Problem ist, dass ich einfach nur ein scheiß Blümchen bin. Das Problem ist, dass ich einfach nur ein scheiß Blümchen bin. Das Problem ist, dass ich nicht mehr schüttere. Ich rutschte auch vom Controller ab, weil meine Hand viel zu schwitzig ist. Was ist das? Was ist das? Komm schon! Es ist Zeit, zu collectieren! Okay, du gehst Fienden. Lass uns ihn auf deine Hose. Das war gut für dich, Frau. Du solltest mich alleine bleiben! Ah! Oh, du bist ein Scheißfehl. Komm mal auf, wo du fliehen solltest. Oh nein, du bist ein Scheiß. Ich bin so nah, du bist ein Scheiß. Ich bin so nah, du bist ein Scheiß. Okay, dann muss er her, okay. Jo, fahre jetzt noch jemand in Stein. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin ernsthaft. Ja, und so bin ich. Hüte ihn, John, bitte. Hey, du musst nicht das machen, nur weil du dich gesagt hast. Ich muss mich nicht entschuldigen. Ich möchte mich als Sybil behandeln. Shut es. Du hast gehört, Frau. Danke. Ich mich trotzdem zu retten. Ich bin mir aus dem Bett, mich schüttet, mich schüttet. Dann lassen Langton mich schüttet. Dann vous alle zerstörst mich und mich schüttet. Dann bin ich hier der Best Extremität. Ich bin hier die Vizepräsident. Jön, du würdest du so nett sein, dass du ihn schüttet? Du, du hörst nicht ihr. Du sagst mich zu mir. Du hörst mich nicht zu mir. Ich habe mich, Herr Klisten, auf ihn zu schweben, Jesus. Schade, Mann. Das ist es. Die Arbeit ist nicht einfach, John. Nein? Ich kann es jetzt sehen, dass es seine Rewards hat. Das ist ein ganz viel einfacher mit einem Partner. Das da hinten? Du brauchst nicht einen Partner. Du brauchst eine ganze Firma hinter dir. Wir haben gut gemacht. Und mit Langton und seinen Manncombe, da werden wir mehr Anwalt für unsere Service geben. Ha, Sadie. Du weißt, dass ich jetzt ein Rewardser bin. Mehrfach. Und ich weiß, wie du für deine Rewardser bist. Keine Ahnung, das nicht. Hey, ich will nicht. Aber es wäre gut, dass du mit dir ein bisschen mehr mit dir gehst. Ja, wir sehen uns. Vielleicht. Oh, du hast mich nicht in das. Hier sind wir. Grab ihn und bring ihn in, John. Klar. Du bist eine B***h und ein B***h. Wir haben Shane Finlay. Ich meine, er hat es richtig, dass wir ungefähr 10 von denen wert sind. Es waren so ungefähr 20 Leute oder so, schätze ich mal. Das ist deine Rewardser, am Ende da. Wir werden dich sehen, dass du schweigen. Was für? Ich habe nichts gemacht. Nichts. Ja, ja. Ich dachte, du sagst, dass du ihn verloren hast. Ich habe ihn, aber wir haben ihn zurückgebracht. Oh, und James Langton ist tot. Wir haben ihn. Warum hast du so gemacht? Es war er, der mich verraten. Okay. Hier. Hier ist ein guter Preis für Finlay. Ja, ich weiß. Du willst dieses Geld, um zu den Banken zu gehen? Nein, ich werde es mir selbst nehmen. Okay. Jim Milton. Es ist John Marston hier. Okay, wenn du mehr Arbeit brauchst, kannst du mich finden in der Stadt. Oder vielleicht werde ich dich finden. Ich bin ausgewertet. Okay. Ich bin ausgewertet, John. So. Ich habe noch kurz etwas nachgedacht, sorry. Töte jeden von länktes Männer bei der Flucht zu Pferde. Entkomme mit Shane Finlay innerhalb von fünf Minuten, nachdem dir deinen Plan zurechtgelegt hast. Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab. Und schließe die Mission, aber ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Hat es so weit geklappt. Aber ich war auch einfach nur scheiße. So. Wir haben hier scheinbar noch mal einen Termin. Hier. Da die Mission länger geht. Sonst hätte ich dir das direkt gemacht. Aber das wird dann zu lang. Daher würde ich vorschlagen, dass ich jetzt noch eine Kleinigkeit hier esse. Haben wir überhaupt irgendwas zu essen? Natürlich nicht. Verdammt. Wo ist denn der Saloon? Ich kann nämlich in Blackwater nicht mehr wirklich aus. So. Ich würde gerne, wenn ich noch was bekomme. Wo ist denn der Stuhl? Ein sehr stabiler Stuhl. Das Präheehuhn, bitte. So. Dann geht's uns wieder gut. Ich würde auch noch vorschlagen, nachdem ich die Treppe gefunden habe, dass wir unser Pferd noch kurz füttern, falls wir dafür was haben. Ich muss unbedingt noch mal einkaufen gehen. Ich hoffe, dass wir uns wieder zu essen. Dann hat's uns wieder zu machen. Aber ich meine, also das ist ja so oi. Ich hoffe, dass wir uns noch nicht mehr ausführen. Wie ist denn der Schmack? ich hier mal das Spiel. Viel mehr packe ich nämlich von der Hitze sowieso gerade nicht. Und dann lade ich die Folge mal hoch und bin mir ziemlich sicher, dass die morgen nicht hochladen ist. Aber was soll's? Ja, 4.7. Wir haben jetzt den 21.7. Ach so, jetzt steht es ja jeder. Gut, brauche ich nicht auf die Uhr zu gucken. Das ist jetzt ein bisschen her. Fast schon drei Wochen, dass ich gespielt habe. Na ja. Gut, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.